ragazzi buonasera ich muss euch ganz schnell was erzählen was mir passiert ist vorhin eine frau spricht mich an nico sag mal du bist doch koch oder ich sag so ja wieso sag mal ich hab letztes mal eine tomahnsauce gemacht die war zwar lecker aber ich weiß es geht noch besser vielleicht kannst du mir ein paar tipps geben ich sag so ja ok erklär mir erst mal wie machst du deine tomahnsauce ich sag so ich schneide meine zwiebeln erst mal klein danach schwitze ich die im öl ein bis die gold grauen werden und danach mache ich bisschen tomatenketchup rein was machst du rein tomatenketchup in der tomahnsauce bitte mal auf ich muss jetzt los ich habe keine zeit wirklich mach deine tomahnsauce weiter so dies ist bestimmt bonissimo ciao tomatenketchup war fang cool war tomatenketchup